Das letzte habe ich keinen Bock, Alter. Ich will meine Ressourcen jetzt nicht nur verschwenden für irgendwelche Dreckskriege, wo es nur darum geht, ein bisschen was abzugreifen. Ich meine, wir können, so wie wir jetzt sind, sowieso locker schaffen. Wir haben viel zu starke Einheiten. Gegner haben keine Chance. Und die letzte Vorbesprechung. Oder, vorletzte wahrscheinlich. Steht eine entscheidende Schlacht bevor. Sinnbesuch den Friedhof. Sorry. Es sieht so aus, dass ich jetzt dich jetzt verlassen werde. Jemanden, den ich liebe. Gut, dass ich keine Auswahl. So, Tess? Höh? W-Why? Höh? Ich habe überhaupt keine Auswahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, es ist schon eh geplant, sieh, aber... Kann ich dann immer wieder laden und die alle ausprobieren, was da kommt für eine Szene? Wenn wir gleich sind, ich meine, gespeichert haben wir vorher. Wir dürfen es bloß nicht überspeichern. Das ist meine gemeinsame Zukunft mit Eagle Card. Ich bin gespannt, was abgeht. Hä? Äh. Oh, du sagst mir jetzt aber nicht, dass ich das immer vorher machen muss, oder? Oh, das ist doch kacke, Alter. Ich muss jedes Mal das Endring mitmachen. Äh. Examen reißen uns eh nicht mehr raus. Wir lassen alle so, wie sie sind. Und starten in die Mission. Schlacht von Tiltian. Fällt der Rache nach dem Kampf? Das lassen wir mal so. Oh, shit, was habe ich überspeichert? Egal. Mit Aryan Road behind them, the Black Eagle Strike Force marches north to Ferdiad. They plan for the Imperial Army, stationed in former Alliance territory, to take over Faldarius Land, so they are able to attack Ferdiad from two directions. King Dimitri anticipates the Imperial Army's strategy, leading the Kingdom Army and Reyes Knights of Seros out of Ferdiad and prepare us to intercept the Imperial Army at the Tiltian Plains. Schlacht von Tiltian. Fällt der Rache. Mother. Oddly, die Rache hat noch einmal zu fallen. Fuck, die schaute genauso aus wie vorher. Weniger Schminke? At this place, once again, I will fight to take you back. The one who keeps me from seeing you again. I will be sure to return them to the earth from whence they came. The foolish descendant of Hresvelk, who bears her fangs at me, will suffer the same fate. Lady Rhea. Call me Seros now. I am no longer the Archbishop, but rather, a warrior. Yes, Lady Seros. Because of the reign, we have not yet confirmed the position of our enemy, or of the Kingdom Army. Search the route to Ferdiad. It is unlikely that they have strayed far from it. When you discover the Imperial Army's main force, commence the attack. If the Kingdom's army has already engaged, flank the enemy as planned. As you wish. Wait for me, dear child. I will be paying you a visit soon. When this sword has been plunged into your chest, yes, that is the very moment I long for. Yes, she had a full attack shot. The Holy Spirit would strike the church first. We must have miscalculated the rate of their advance. Reorganize the formation. We have no choice but to buy time until the church arrives. It will be a long battle. Are you afraid to do? No. So long as I am at your side, there is nothing to fear. I can always rely on you. Just watch my friend. We will prevail. I will not fail to get revenge for all who have fallen. I would follow you anywhere, your majesty. Good luck out there. You as well, Didu. You as well. Your majesty. For you, I will. A flag of blue is flapping in the rain. It must be the kingdom army. Yes. It seems that King Dimitri is leading the troops himself. However, the knights of Saros have yet to be seen. Perhaps they have split up. I can't imagine that Dimitri would leave the capital to the church and face us with the kingdom army alone. He must be planning to use the church to gain the upper hand in battle. With the rain, that must be difficult to coordinate. Still, the knights of Saros must be around here somewhere. And we should be on alert for attacks from the side and rear as well. Inform the entire army. Yes, sir. Now that I think about it. The kingdom army is quite different than it once was. They have taken the position of interception. In the past, the king would have introduced himself before beginning a fair fight. A fair fight? The words alone remind me of how he once was. Don't you agree, professor? Die Worte allein erinnern mich daran, wie er früher war. Dich nicht auch, Magister? Dimitri? Yes, he often spoke of such things back at the monastery. Well, at the present, the words fair fight do not seem to suit Dimitri anymore. He dislikes making victims of his friends. But other than that, he will do most anything these days. If he stops at nothing to continue the onslaught. I cannot imagine what will become of the battlefield. True. As soon as we can take our battle formation, we must advance. Dimitri, that past you cling to. I will soon free you from it. Yeah, yeah. Mal schauen. Oh, nee, Alter. Ohne Sicht, mit der Sichtweite. Oh, leck mich. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. So ein Dreck. Also, falls das so ist, aber wegen dem Regen, die können sich nicht sehen. Das hört sich für mich echt nach einer Schlacht mit schlechter Sichtweite an. Ah, guck, ich mein, ich hab meine Tanks, ne? Edelgard und Jiritsa und die Petra. Und ich kann nur 10 mitnehmen. Ist das euer Scheiß, Ernst? Wer bist denn du? Königliche Soldatin. Wer zu lebe ist denn du? Sylvain. Oh. Scheiße. Da ist der Dimitri. Oh, der hat eine heilige, äh, der hat eine Dings-Alanze. Warte mal, das schaut aus, wie wenn es ein bisschen wenig Leute wären, oder? 2, 4, 6. Ach, 10. Naja, ne, es passt aber eigentlich, ne? Stürme mir zu viert davor. Die zwei Healer sind hier. Er hat eine Lanze gezappelt. Hä, wir haben eigentlich unsere Hauptstadt noch, die wir unbedingt haben wollen, ne? Der einzige, wo ich am liebsten fast rausnehmen würde, wäre der Hubert. Dann nehme ich lieber die Dorothea mit. Äh, äh, Adjutanten. Äh, hieri auch, Adelgärde. Äh, hieri, Adalgarde. At euren äterno. Resting place. Äh, hieri. Äh, hieri. In dieser Krieg, die Hauptmöglichkeit des Königs wird annihiliert werden. Kein Gegenwart nicht in den Krieg, nicht in den Krieg. Kein von allen, King Dimitri. Wir sind nicht sicher von den Kriegern, also lassen wir unsere Truppen mit Caution. Die Knights of Seraphs haben noch zu zeigen. Sie werden in der Krieg sein. Sei bereit. Okay. Entstanden. Bereit, wenn du bist. Der kommt dann da zu mir. Lassen wir mal da stehen. Ich werde überraschen. Petra, stell mal da hin. Genau, gehen wir da hin. Wer greift sie an? Mehr Kampf. Was ist meine Strategie? Für das Empire. Ich werde mein Bestes machen. Ich mache das für alle. Nee, komme ich nicht hin. Okay, was wird die für eine Magie starten? Ja. 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 Ich habe das für alle. Ja. Ja. Das ist etwas einfacher. Das ist die Arbeit der Kreststone. Warum? Ich habe ihnen die Kreststone aus dem Kastel Falls. Fuh! Warum hast du das gemacht? Ja. Wenn wir hier verlieren, dann fallen wir das König. Das ist unsere einzige Hoffnung. Du nimmst das Hoffnung? Na gut. Na gut. Wir müssen jetzt die Krieg, damit ihre Todes nicht entfangen sind. Ja, eure Majesty. Ich bin mit dir. Oh fuck, die Seros Spackos sind da. Gautier Reinforcements haben gekommen. Wir werden die Empire-Waklinge verletzen. Reinforcements. Wir sind in Gefahr. Wir müssen die Fehmens-Generäle schützen, bevor wir überrascht werden. Das machen wir schon keine Sorge. Alter, die kann von Totten aus... Nochmal einer. Alter, wir gehen da voll rein. Die überlebt... Alter, die kann von da aus halt echt... Das ist voll übel, Alter. So richtig übel. Machen wir... Äh... Unterstützen. Warte, ich kann Schweigen von hier aus machen, ne? Ist das Sylvain ne Gefahr für meine? Der hat nur ne Lanze. Ja, wir machen es einfach mal. Ah! 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 Witness Brigid Pride! Nee, der hat aber in der Seite. Hm. Der greift an sie an, schauen wir mal, was da dann abgeht. Also, was wirst du für dich warten? Lass uns das heute enden. Alter! Ich will nicht. Warum kann der Sie plötzlich angreifen? Nur Thornen sind auf dieser Reihe. Du bist weich! Sehr blöd gelaufen, meine Freunde. Boah, wie er denn heilt. Alter! Okay. Petra wurde besiegt. Gegnerphase Dorosea, Mercedes. Petra besiegt königlicher Soldat. Ich werde versiegt. Entstanden. Lass uns das schnell machen. Bereit, wenn du bist. Wir können nicht schuldig sein. Noch mehr Kampf. Achso, ja da oben ist es der, wo er dann angreifen kann. Da, der kann immer noch das. Ja, dann stellen wir sie mal da. Oder wir lassen sie da stehen. Also, was wirst du für dich warten? Alter, der hat die Lanze vor seinem Bruder sehe ich gerade. Alter Schwede. Wie sie halt mit der Rüstung der Axt und dem scheiß Schildens verdammte Seite macht. Ja. Gegenangriff. So, jetzt wird's funny. Jetzt müssen wir erst mal. Dann hauen wir. Ne, da können wir nicht angreifen. Hier. Angreifen. Dunkelspieß, weg mit dir. Das war's? Das war's? Das war's? Ich finde, du sagst nicht. Wissen Sie mich, Sein Kommandos. Ich gehe weit. Danke, Sylvaine. Bis noch auf der anderen Seite treffen wir uns. Okay. Wenn er jetzt dahin fliegt und angreift, haha, nur fast! Ich mache das für alle von uns. Was ist das gerade? Die kleinen Zeros-Fuzzis. Ach, der Hubert kommt auf 31. Verdammt, das irritiert mich jedes fucking Mal. Was ist meine Strategie? Oh, das war jetzt eigentlich nicht so der Plan, aber es hat funktioniert. Ich mache mein Bestes. Oh, oh! Jetzt sieht sie halt weniger aus. Oh, oh! Tja, blöd gelaufen. Oh Gott, wenn jetzt der andere angreift, ne? Tja, blöd gelaufen. Tja, blöd gelaufen. Alter! Ah, blöd gelaufen, blöd gelaufen. Ah! Sehr gut. Das mit der Bernie geht mir jetzt tierisch auf den Senkel, ey. Aber die lassen wir jetzt weg. Ich meine, sie stirbt ja nicht. Alter, die hat echt so viel Schaden, ne? Machen wir mal so. Wie weit kommt denn die Ingrid? Die kommt da sogar aus. Ne, dann passt schon. Dann kann ich mit der Petra nämlich von hier aus angreifen. Und wenn sie es nicht schafft. Okay, sie schafft es alleine. Sehr geil, Petra. Mann, du bist einfach genial. At your service. What? Die Reha. Wie könnte ich zu late sein, wenn ich endlich die Möglichkeit habe, den Fallen zu zerstören? Oh, diese Rehne. Es ist die Lamentation von meiner Mutter. Observe. Ich werde nicht in der Veränderung des Balance verhindern. Ja, lass dich umbringen. Habe ich kein Problem damit. Ungefähr so. Okay. Das Ding kann mich ja trotzdem angreifen, ne? Und ich ziehe dem Ding nicht mal was ab. Okay, dann greifen sie beide sie an. Ich hoffe mal, die Dinge überlebt. Dann ansonsten spuren wir bis zu Bernie wieder zurück und dann machen wir das halt einfach nochmal. Warte mal, kann ich mich draufstehen, dass es halt wird? Ne, gehen wir da her? Ja. Ich glaube, wir sammeln uns jetzt einfach wieder da drüben. Ja, Mann. Oh, hat er aber auch vorbei. Alter, aber Grazo überlebt, ne? Nein, warum greifst du jetzt sie an? Wo ist die Bernie, Bernie wurde besiegt? Wenn er die Soldaten in Ingrid zog. Dann machen wir es halt so. Angriff, Schott verschwert. Ah, stimmt, der Ritter umgreift noch an die Sau. Dann machen wir das, was wir sehen, an der Ritter umgreifst. Arsch, Junge. Man kommt zu diesem Team. Und ... Ich werde mein Bestes machen. Du hinterher. Dann gehst du dahin. Der einzige mögliche Ausfall. Ich muss sie gut verlassen. Auf jeden Fall kenne ich die Alte mit dem Schöpfer schwer. Der heilte Dämonenbeste. Was soll denn der Käse? Wo ich ihn denn da passt? Oh, Junge. Das Ding kann weit wie klar zuschlagen, ne? Alles wird zu planen. War es Benion? Jetzt werden da alles weg. So. Jetzt machen wir dasselbe wie vorher. Jeriza haut hier rein. I am unafraid. At your service. Warte mal warum du stirbst das Ding denn nicht? Äh ... Seraphim hat er glaube ich gereicht, ne? Boah, sie kann es nicht besiegen. Ready when you are. Warte mal. Warte mal. Die Marianne haben wir ja noch nie gezogen, ne? Die ziehen wir da rüber. Nein, es kommt nicht bis zu Petra. Und wir lassen sie trotzdem da rüber ziehen. Ja man. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal ein besserer Sieg wie vorher. Kittert er mich mit einem Schlag? Ah, ich hab nicht mehr so viel zum zurückspulen. Aber der greift die Ingrid an, ne? Äh ... warten. Oh, ich hab mit dir jetzt keinen geheilt, ne? Oh, leck mich doch jetzt. Falsch du. Ah, überlebe. Na komm ey, jetzt. Alter, leck mich doch. Oh. 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 Aber ich will nicht đển mal sterben. Okay... Die Ding können wir nur noch opfern... Da hab ich zwar nicht mehr so viele Dingangriffe, aber... Wir schauen mal das wir hier wegkommen. Thank you Ich werde überwachen Haben wir schon alles? Setz mich hier nicht voll Das ist ein spezieller, ne? Sehe ich gerade Wir sehen uns schon ganz gut Am Ende Ich werde das so ich weiß nicht, was ich gerne Okay, jetzt haben wir das zweite mal besiegt. Ich hätte die Petra rüberziehen sollen, ne? Ich komme hier nicht zufällig dahin, oder? Ne. Wo ist zu denen, London? Die Mariana ist in Ordnung, oder? Alter, egal wo ich hingehe! Du elendes Dreckstding! Wer kommt denn noch? Oh, der Jüritser! Ah, oh Gott sei Dank! Alter, mach mich nicht fertig! Warte mal, aber der andere kann auch wieder die Dorosea angreifen, ne? Ah, der andere kann auch wieder die Dorosea angreifen, ne? Ach komm, jetzt hör halt auf! Kotzt mich das an, da war nichts gestanden, dass sie die angreift! Oh Gott! 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 der kommt dahin da kommt die edelgabe sich den annehmen es wird mir nichts anderes übrig war immer was die von unten kann da auch schon angreifen ein Okay, das wird jetzt funny, Alter. Das wird jetzt richtig funny. Okay, geht. Und ich darf auch nur einmal angreifen. Der da unten muss weg auf jeden Fall. Ich komme aber nicht runter. Okay, das ist gut. So, die Edelgard, ja klar, drei waren vielleicht verschwendet, aber trotzdem. Dann greifen sie den Yritsa an. Alter, die hält ja nix aus. Was ist denn los mit der? Ich hab wunder gemeint, was die reißt. Wow, er greift die Edelgard an. Klar, sterben ist leicht, ne? Ah, mit mir jetzt da komm ich da nicht hin. Da haben wir genehmigt, damit wir in der nächsten Runde den Typ platt machen können. Ich habe diese Welt als Seraphs, den Krieg, und verabschiede ich den Nemesis. Jetzt, hier bin ich, mit einem, der gleiche Runde ist wie er. Der Geist, den du hast, ist auch der gleiche Runde. Ich sterbe auf meine Runde, als die Leben, die du verabschiedst, spielst auf die Erde. Wie kann das sein? Ein Grosster? Kann sich ihre Macht jetzt nutzen? Macht das nicht? Das gefällt mir nicht. Ich habe mich verloren. Zu diesem Thief? Unabhängig! Schau, Lady Rhea! Bitte zurück! Die Kirche von Saros hat zurückgefallen. Unabhängig! Wir haben kein solches Luxury. Jeder, kämpft für eure Leben! Siehe an Fargus! Gut gemacht. So, da hoch. Auf jeden Fall haben wir die Kirche plattgemacht. Deswegen gibt es doch noch eine Endschlacht. Ich dachte schon, dass das wirklich die letzte ist. Aber wir kommen mit der Edelgard jetzt nicht rechtzeitig nachhofen, ne? Es ist Zeit. Deine Majestät. Ich werde deinen Vater abschneiden. Oh, fuck! Du bist der eine echte König. Dimitri! Äh! Was zu tun? Ich werde mit deiner Seite kämpfen, bis der bitterende Ende. So lange ich mit dir bin. Dieses Lanz meiner will nichts wissen. Was zu tun ist. Da oben kommt noch wer. Wo kommt der da oben jetzt her? Äh... Oh! Geoff... ilo. Holy fucking shit, alter. Okay. Der kann doch wahrscheinlich auch wieder werfen, ne? Boah, ja, der killt mich auch Drückziehen Alter, Edi, wir brauchen nicht Der Typ geht aber voll ab da oben Kommt der bis zu ihr? Warum ist der nicht markiert? Ne, jetzt lassen wir mal so Ah, meiner ist genau da natürlich im dringenden Arm presse Der heilt sich einfach wieder, ne? Wir müssen erst die anderen platt machen, was ist, geht das nicht? Boah Wegen einem Magiekwunk, Alter, das ist doch Schwachsinn Warte mal, ich kann nicht weg Eins Boah, die greifen jetzt alle sie wahrscheinlich an, ne? Aber jetzt kommt die Edelgard, Edelgard Das sind Magier Oh Sie geht halt voll ab, ey Nochmal so oh Ja, der greift das so oder so an, ne? Ja, der greift das so. Das Ding ist wieder voll, Alter, wirst du mich verarschen? Ja, der greift das so. Oh, Glück gehabt. So, jetzt ist das Ding gebrochen, oder? Ja. Ja. So. Der greift sie so oder so an, ne? Das ist scheiße. Warum kannst du nicht so weit angreifen? Nein! 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 Was? Anwenden übrig neun? Das ist so viel abziehen, ne? Wenn ich im Schöpfverschwert angreife, Alter, ist er sogar da. Ja! 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 Ich werde mein Bestes tun. Der greift die Burney an, ne? Alter Jetzt kriegen wir ihn eh klein Entschuldigung Entschuldigung Ich werde So, und du das jetzt mit einer Anti-Monsterwaffe drauf Die Bernie halt mit einem Scheißpunkt hat sie überlebt, mit einem Fucking Lebenspunkt Ey, ich werde ihr nicht dieses 5 Energiepunkte gegeben Ich habe das für alle Dich nehmen wir noch mit Wir wissen ja nicht, wie stark das der ist Also ich meine, wir können nachschauen, aber Ich trau den Zahlen immer nicht Dann macht der Sacken Crit und dann ist die Sache gelaufen Boah, der killt sie fast Komm, den lassen wir es Wenn er einen Crit macht, muss ich zurückspulen Musst du continue to conquer, continue to kill Musst du continue to reconqueren Continue to kill in retaliation Ich werde nicht stoppen Es ist nichts, was ich nicht Verzweißen würde, um einen Weg zu Fodlinds neuen dawn Enough of this madness This future of yours Is built on a foundation of Korses and tears Warte mal, sie greift nur einmal an, was sollt der Käse Ach der ist schneller einfach, ne Na gut, dann dürfte der Magister den Rest geben Warum選st du Edelgard, Professor? Warum選st du diesen schlauigen, schlauigen Weg? Ich kann nicht diese Gefühl von Regen Verzweißen, dass ich dich jetzt töten muss War halt irgendwie andersrum, ne? Nein, nicht noch Ich kann nicht sterben, nur noch 18 Züge Das ist, glaube ich, das längste, was ich bisher gekappt habe Vor der Schlacht, Kampf in der Heiligengruft Nach dem Kampf Nach dem Kampf, das muss man lassen Das ist, glaube ich, es geht Das ist, glaube ich, es geht Ich habe mich für dich getötet, von meiner Kindermin, die von deinen eigenen Däuten getötet. Du wirst du deinem Kopf bevor all die Leben, die du für deine Ideen verletzt hast. Bevor du dich in der Mühe! Deine Obsehung mit mir ist apatholisch. Wenn du ein normaler Mensch bist, du wahrscheinlich schon sterben würdest. Auf Wiedersehen, King of Delusion. Wenn wir nur in einem Zeitpunkt der Frieden leben würden, kannst du eine glückliches Leben leben. Zu den Feuer der Eternität mit dir, El. Frau Reia, der King Demetri hat in der Kriege fallen. Der Krieg hat sich verletzt. Es ist nicht möglich, die Frontline zu verletzieren. Alle, sofort zurückzuhren! Geh zurück zu Ferdiad! Die Götter ist auf uns. Wenn wir starken, werden wir sicherlich sind. Entstanden. Verletzt! Verletzt! Warum verletztest du auf sein, dass du so ein verletzendes Obstacle bist? Du verletztest du meine Mutter und hast du den Kreaturen. Juste wie der savage King Nemesis. Ich versuche. Mit diesen sehr Händen. Ich werde sie zurückziehen. Bis dahin. Wait für mich, liebe Mutter. Oder die sie nicht in der Zeit, wo es sich in der Zeit. Aber dann schreckt. Söre zu machen. Ich habe sie nicht in der Zeit.